Dieser Renault Megane Vorführwagen ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Kombi ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzugs liegt bei unter 6000 km. Die Erstanmeldung war Mitte 2017. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, Dachrailing, Bordcomputer und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 131 PS an das 6-Gang-Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,0 Litern pro 100 km. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen.